Sehr unangenehm kann es manchmal sein, wenn man in Situationen gerät, aus denen es zunächst so aussieht, als ob es keinen Ausweg gäbe. Das bezeichnet man dann als eine Bredouille. Bredouille sieht aus wie eine französische Fischsuppe, wird aber Bredouille gesprochen und bedeutet einfach eine ärgerliche, scheinbar ausweglose Situation. Bredouille.